Und weil ich so gut bin, dann komme ich gleich weiter. Wobei ich mir langsam mal Kaffee machen könnte. Egal, nach der Folge. So. Wir kommen bei MAP3, Communication Center. 8 Uhr. Weiter. 8 Uhr schon. Normalerweise bin ich schon derzeit ins Bett. So, okay. Warte. So, hier waren ja wieder böse Leute. Da hat mich der U-Krad nicht für den Kugelhagel gut geschützt. Jetzt muss ich ihm danken. Hello, Motherfucker, hello, Motherfucker. Hello, Motherfucker, hello, Motherfucker. Wieso diese Billig-Spiele, wo man die Sounds einfach mit Mut aufgenommen hat, sofort bei Piu-Piu, Piu-Piu, Piu-Piu. Das war bei Beatbox.de. Danke. Äh, sag mal. Spielen am Arbeitsplatz. Da ist das. Kein Wunder. Der verbraucht, der verbraucht den Kartenspiel dieser rechten Leistung vom Superrechner. Hättest du ja gewundert, dass hier alles in den Bach runtergegangen ist. Alter, man kann doch auf dem Windows-Rechner kein Skat spielen. Kauft euch Linux. Außerdem müssen die hier doch gar nicht mehr das Kartenspiel überblühen. Kacke, kacke, kacke. Na, ich hab ihn wieder vergessen nachzuladen. Das ist schlecht. Du rinnst dir weg, du Arsch. Was wird hier los? Was kommtste? Kacke, nein, du stirbst jetzt. Alter, da. Immer diese Leute, die ich schickt habe, nicht akzeptieren wollen. Dankeschön. Ich, äh, ich mach ja... Ja! Oh, meine erste Minigun. Da liegt sie. Bitte sterb. Ich hab schon wieder vergessen nachzuladen. Alter, ich glaub es nicht. Das ist eine Bullshit-Scheiße. Yay! Woohoo! Mmh. Oh. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, ich versuch mal ganz kurz, das Ding hiermit einzureißen. Das magiert nicht. Man braucht also dafür wirklich einen Raketenwerfer. Ist ja Bullshit. Na komm schon. Dankeschön. Äh, das funktioniert aber noch gar nicht. Das ist ein Secret, aber ich krieg's nicht aktiviert. Weil, hier ist es wieder so... Ach doch. Sehr schön. Da war ich einfach noch nicht, noch nicht gut in den Trimmer. Set for she set. Okay, okay. Okay, okay. Ja, was vermuggelt euch, ihr kleines? Oh, das war noch einer. Gut. Das sieht schon besser aus. Also, ich muss schon sagen, diese Raumgestaltung mit diesen... mit diesen roten Akzenten, die hier gesetzt wurden... Also, das ist eine sehr gute Arbeitsumgebung. Gott. Hier ist man ja richtig produktiv. Richtig produktiv. Späuchern. So. Dankeschön. Achso, hier ist der Bereich von euch, wenn ich bitte diese ganzen Pinkies rauskomme. Achso, ja, äh, das hier ist natürlich absolut kein Blade Run mehr, weil wir haben ja vor kurzem erst Extermination in dem Spiel. Weiter so, ich werde mich hoffentlich an alles, an alle Sequels erinnern. Also, alle, die wir gefunden hatten. Und ich weiß jetzt, dass wir schon auch, wo hier welche Monster rumflüren. Und ich weiß jetzt, dass ich diesen Dicken da nicht aktiviere, aus Versehen. Und ich habe schon wieder vergessen, nachts dran. Ich glaube es ist ja nicht. Was ist denn hier los? Wird denn genau deswegen werden wir irgendwann sterben? Ich wollte einfach mit einer Minigun in den Krieg ziehen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe bei Doom, vor Doom, die wirklich recht hat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe bei Doom, vor Doom, nie wirklich danach geguckt. Aber bei Brutal Doom und bei Extermination Day, Quatsch. Bei Brutal Doom und, ähm, Project Brutality, der Rated ist, die haben beide ein sogenanntes Headshot System. Heißt also, wenn ich den an den Kopf schieße, dann verursache ich wesentlich mehr Damage. Bei so normalen Füchern, wie ihr seht, reicht dabei einmal schießen und wieder zu tot. Aber auch diese großen Füchern, die ich damit gesehen habe, mit vier Schöße, schon wieder. Hoffentlich, wenn ich sie jetzt auf den Bauch oder sowas gezielt hätte, wesentlich mehr Schöße geborgt hätte. Haha, uah! Alter! Meine CPU! Danke. Ich bediene mich mal kurz kurz, ich hoffe, ich störe keinen. Gut, dann gehen wir mal jetzt mal weiter. Ja, kommt bei der Herd, kommt bei der Herd. Scheiße. Achso, äh, das war dumm. Ja, versucht diese Fücher übrigens nicht, äh, mit Raketen abzuschießen. Die weichten gnadenlos aus. Die Fücher sind extrem intelligent. Also, auf jeden Fall ist sie intelligenter als ich. Dankeschön, dankeeschön, da kommt jetzt. den Schalter, den muss ich aktivieren, komm. Was? Digga, von welcher Firma ist diese Kaffee-Maschine? Die hat einfach mal 100.000 Leben. Die ist stabiler als ich. Ja, komm. Ja, weg. Komm. Oho. So, da liegt es noch ein. Hier war das mit diesen Pinkies. Das sind Raketen. So, und... ...jetzt kommt das, was übrigens hier eingestellt werden kann. Normalerweise, wenn ich hier drauf schieße, kostet gar nichts. Aber... ...wir können... ...und das ist das Witzige... Ähm... ...nein... ...ja... ...das hier aktivieren... ...und dann... ...muss ich wahrscheinlich jetzt noch die Bände neu laden. Na, kein Bullshit. Na gut, okay, man sieht also doch nicht. Vielleicht reicht das schon aus. Nein. Egal, faktisch, diese Dinger würden dann genauso hochgehen wie so ein Fass. Also, nicht wie Fassbrausen, sondern wie ein riesiges Fass. Hä? Ach so, weil das mit dem Flötstand enthalten ist. Ja, das ist natürlich... ...dann kann ich natürlich... ...ja, ist natürlich... ...ääh... ...das ist natürlich scheiße. Also, muss man wirklich einstellen und dann speichern und dann mit ihm die nächste Level nehmen. Mit ihm die nächste Level nehmen. Klaro. Grammatik as fuck. Dankeschön. Da. So... ...sich so seinem Schicksal-Ding überzustellen... ...oder entgegenzustellen... ...ist ja schon fast traurig. Arschloch. Nehm ich das Ding? Ich brauch's eigentlich noch nicht. Ich hebe mir das mal auf... ...wenn ich hier vorne die Pinkies alle machen muss. Oder kann ich hier schon rein? Ne. Noch kann ich da nicht rein. Das heißt also... ...ich werde erst mal... ...dass bringt mir auch noch nichts. Kann aber gucken, ob hier alles sauber ist. Ja, hier ist alles sauber. Kein Grill. So. Ähm... ...gut. Wir müssen jetzt raus. Und fahren auch da. Oh. Da draußen ist es so nieblich. Ich seh gar nichts. Äh... Nimm mal dich. Ne, ich mach mal dich. Ah, mach doch mal mal. Ich bin fertig. Oh, scheiße. Das kommt sooooon. Danke für's. Wie kann man Zeitgehe? Perfect. Nein. 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 Fuck you. Was macht der denn da? Oh, was macht der denn hier? Das gibt's doch gar nicht, nein, das gibt's doch wieder nichts, komm lass mich weg Oh, komm doch her, du Huren, Alter, ich spring direkt in mein Verderben, wollt ihr mich verarschen, ich weiß Kamera Oh, jetzt kommt's her Ja, verstehe, danke, bitte, nicht, nigger Wer hat das Edward gesagt? Hängt ihn Ah, kannst du? Mach, ach komm, leck mich doch Dankeschön So Was machst du da hinten, sag mal? Ach So, ich muss jetzt da rauf Ach, jetzt kommt's Diese Hure Ah Was siehst du denn eigentlich dabei? So, ich muss jetzt da rüber Ähm, okay Angenommen, ich könnte springen Äh, das war natürlich nichts Alter, die kommen denn da rüber? Ähm, hier kommt man Doch, man kommt auch da rüber, okay Boah, Alter Äh, oder ob nicht? Ne, dafür bist du, Alter, das gibt's doch gar nicht, scheiße Ach so, na, ich kann ja auch versuchen, hier rüber zu springen Ne, ich muss jetzt auf die Seite Ja doch, das ist irgendwas Jawoll Dankeschön So Nein Okay, ich hab wenigstens keinen Fallschaden bekommen Ich dachte schon, ich würd's jetzt hier ab und Ich hab gleich wieder 100.000 Damage Äh Na komm Komm schneller Mach hin Hallo Äh, ich würde gern Danke So Das haben wir Jetzt haben wir die Die Ne, ne Oh, was macht ihr hier Haben wir nicht die Rote Karte eingesammelt? Doch haben wir Doch haben wir Okay Die neue Version Ist für mich ganz kompatibel mit Project Ähm, ich seh gar nicht welche Karten ich habe Müsste einfach hier rote Karte haben Ist da jetzt ein bisschen Scheiße? Wo ist die rote Tür überhaupt? Äh, da ist die Leiter, da ist Rot ist auf vorne Okay Ah, ja jetzt ist das hier mit dem Ding Halt also ich kann jetzt Jawoll Genau das wollte ich Ja, okay, okay, das war's, auf Ende Ich hab irgendwie ein bisschen schwere Äh, ein bisschen leichtere Erinnerung mit den Dingern Äh, der, 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 der hat gar nichts Das war ja krass, wie ein Witz war das ja So Echt mal Danke du Arsch Arschloch Trotze Trotze Da und so Hier haben wir es aufgeräumt Von daher Ähm, ja Ja Oh Mach auf, mach auf, mach auf Mach auf, mach Schade Ja, man sieht gar nicht, wer wird man aufgenommen hat Das ist jetzt ein bisschen scheiße Das ist jetzt ein bisschen scheiße Wow Sag mal, wo kommst du denn her Äh, gut, wir brauchen eigentlich Plus, ne Wir brauchen eigentlich Plus hier von Sachen Oh, nice Danke für den Hut Speichern wir mal So So Uah Was Äh Das wollte ich nicht Ich wollte eigentlich das hier Ähm Ähm Ja komm Achso Wusse ich ja gar nicht Ah, Alter Da Aber Da muss ich eigentlich immer überall festlegen Danke dafür Hat es jetzt nicht wirklich gelohnt, aber gut Hä, ja wo denn, ich sehe nichts Was ist das da Und wo war der denn gerade Alter Ich bin schon wieder so gut wie tot Oh Ich hoffe vielleicht soll auch ein bisschen Rüstung runden Ich meine, Leben habe ich ja da hinten noch Aber Rüstung habe ich keine Ich habe gerade die blaue Karte bekommen Also wir haben gerade die blaue Karte bekommen Das heißt also wir müssen jetzt für die blauen Tür, die war dahinter Ja Ja Und hier war das mit diesen Kackdingern Mit den ähm Ja Ich habe eine Rakete? Achso, ne, ich habe nie Wow Wow Das war, oh Du kleine Wures Komm her Ah, das sind knapp diese Ränder Hütter eckig Echt mal So, ich brauche es gleich Für mich Wie sie überdrehtlich kann ich hier noch wieder mit den T-Begang loswerden Perfekt Mehr wollte ich gar nicht, Dankeschön Ihr habt mir sehr geholfen Äh, ja So, jetzt brauche ich bloß noch die Gelb Achja Ich bin gerne dabei mit diesen beiden roten Viechern Mit den ähm Ähm, ähm, äh, wie auch mal die heißen Da Oh, Knotti Uns fehlen aber noch 20 Gegner Das kann ich mir nicht hinhaben Ne, uns fehlen 50 Gegner Egal, braucht sich genau Dankeschön Dankeschön So, nachladen Okay Dann kann ich mich jetzt um Die Beschaffung von Munition kümmern Und dann kann ich eigentlich direkt ins Ziel laufen Worum das ist Hey, wo war ich denn gerade? Da Genau, da ist Ach ne, hinten war noch ein Monster Früher auch nicht Okay Wie sind denn die rettlichen drei Monster? Ach, ich weiß nicht Ich hab keine Ahnung Komm her So 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 Wow Ich hätte alles für die Dinger machen können So schön wie die Egal Komm her Komm her So Hier war jetzt hoffenweise Schrot Ah Dankeschön Das wird nett War aber nicht, dass ich die eigentlich primär gedacht habe Doch, doch Perfekt Das wird gut So, jetzt hole ich mal noch mein Cut-Leben Und dann war's das eigentlich wieder auf schritten Komm her Gut auf Build Ziel Mit ganz großen Schritten Und ich gehe Katharina von hinten an die Knrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr das war es mit mit drei kommen bei 4 beim nächsten mal